Jo! Recht herzlich willkommen zurück bei World of Tanks und noch mit dem T150 und jetzt wollen wir mal unser Kettenlaufwerk einbauen. Sachs Rieser. Und da brauchen wir halt jetzt natürlich wieder 3.500, bis wir unser Ketten haben. Aber wir müssen ja eh zuerst stehen haben. Das ist halt so. Jo! Also jetzt haben wir wenigstens das vorgestellt, warte jetzt mal, wie viel brauchen wir eigentlich für... ...weil mehr und da gehen wir jetzt an, da ist ein Forschungspunkt. Ja. Dann muss das Zyklon-Luftfilter an. Nachwärterzeit, 10% in der Mitte, 15% in der Mitte. Ja, wir können einiges einbauen, aber eben... Es kostet, es kostet. Ja, wie alles im Leben. Es kostet alles etwas. Das ist einfach so. Ja. 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 Ja, die ist noch cool. Ja. 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 Hei 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 Ich verstehe der Sache nicht Es ist schade dem ganzen Team Ja aber rebe es geht alles so und spielen, wenn wir die Reisterpläne für die Erfolge haben müssen. Ja, ob ich es in dem Fall nicht finden würde. Man, das ist ein FD-error, das ist ein FD-error. Seid deine letzten X2J jetzt einfach rum. So, die ist schnell. Oh, scheisse. Oh, das ist ein FD-error. 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 Ja, es dauert eine Viertelstunde, bis ich mal bei dem Tusch vor mir bin. Meter, acht Stunden, Kilometer. Der Kran für mich ist dauernd auf. Oh, scheisse. Die Warnbahn. Das ist ein FD-error. Der Kran für mich ist dauernd auf. Hier ist es eine FD-error. Der Kran für mich ist dann der Kran für uns. Oh. Aber da schliegt sicher, braucht er einsetzen in der Uhr. Ja, ich glaube, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Ja, das ist ein ganzes Spiel, Ruckel, das ist der dümmste Moment, Soldatscheiss. Ja, ich weiß, dass ich da vorne bin, aber ich weiß nicht, wo da du bist. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Nun zeigt ihn. Ja, ich weiß, dass da kein Ruhm dafür ist. Wir sitzen fest. Ich sitze einfach hier fest. Ja, nein. Scheibenkleister. Ja, und das wars. Ja, das wars. Aber eben mit Idioten im Team hast du ja zu anders. Da fahre ich nicht zu sagen. Entschuldigung, aber... Ich meinte, ich soll ja daheim bleiben und nicht im Sonntagostenspiel. Aber nicht noch Quatsch machen. Entweder ein bisschen teammässig, aber nicht gegenseitig. Gut. Haben wir halt verloren. Was soll's. Gut, dann würde ich sagen, dann war's das mal etwas Kürzes. Und dann sagen wir Tschau zusammen. Bis zum nächsten Mal.